Eine hohe Kunstflugtaufe, die gleich auch mit 3D beraten wird, die Gurt hier dann gleich oben in den Himmel zaubern wird, kommt dadurch, dass er jetzt die Schubflüge verliebt hat, alle Richtung, das heißt, wo er vertikal erst auch hochbegleit und den Schub umleitet und dadurch entstehen die Suchfiguren sehr gleichbar. Musik Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.